Eine Minute, dann geht's zu euch, ich zähle euch ein. Wir könnten doch nochmal das Intro laufen lassen, wenn wir es so schnell bekommen. EVS1, ready für das Intro? EVS1, Intro, dann Audio Intro von EVS1 und natürlich Background Musik runterziehen und Timo muss eigentlich nur rausfaden und ich. Dann haben die noch was mehr Zeit in der Talja, dann haben die nochmal so 30 Sekunden extra. Okay. Habt ihr wieder ein Bild von meiner? Sehr schlechtes Bild. Okay, aber es kommt was an. Ja. Zehn Sekunden für Intro. Ungefähr noch 40 Sekunden, ich werde euch einzählen. Zwei, eins und Intro ab. Intro ab, EVS. So, sechs ist ready. Ja. Das kannst du auch schon ein bisschen früher erzählen, Lukas. Wenn du das hinbekommst. Wenn du das hinbekommst. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und go live. Hallöchen und willkommen zurück. Ich bin wieder da, Rieke, aber ich bin jetzt neu besetzt an meiner Seite. Genau, ich bin der Sören und ich bin jetzt auch dabei. Ach geil. Das sollte ja sogar abgesprochen sein. Ich hatte gerade Panik, als ich dachte, das ist jemand anderes als er. Jetzt selber wirklich euch mitzunehmen und euch nochmal fürs letzte Finale wirklich. Es geht jetzt nochmal echt um die Wurst. Die Maschis sind mit 16 Punkten ganz vorne. Soll ich den Punkte-Dings einblenden? Ja, wenn du hast, ja. Zwei Punkte weniger. Hier zwei Punkte. Es geht jetzt wirklich in jedem Spiel um alles. Das stimmt, das wird super, super spannend. Letztes Spiel, Fachschaften, die Medical Strikers gegen die Aachens Dealers. Boah, die Lions kam voll ab. Wir gehen jetzt noch mal in die Halle rein. Die ist ja jetzt leider wieder nicht gereicht. Aber jetzt habt ihr wieder ein Jahr Zeit euch vorzubauen. Und nächstes Jahr wird vielleicht alles wieder besser. Genau. Die Chilinder-Show oder die Shows sind jetzt auch vorüber. War auf jeden Fall gerade richtig wild. Und genau, es war, ja, heiß könnte man meinen. Nee, mir persönlich hat es mega gut gefallen. Fand ich eine richtig krasse Show. Zwei. Tag zwei. Also ich will da gar nicht irgendwie sagen, wer jetzt besser war. Tag drei. Also ich muss ein bisschen sagen, hier die Strikers und die Steelers. Fünf. Das hat mir ein bisschen besser persönlich gefallen. Tag fünf. Aber gegen die Lions. Ihr habt auch eine geile Show. Ja, ich muss auch sagen. Es war echt... Vier. Tag vier. Man sieht, dass sie das alle auch nicht zum ersten Mal machen, glaube ich. Also das ist schon echt eine richtig tolle Show gewesen. Fünf. Wir haben drei Fachschaften und... Tag fünf. Ja, man sieht, dass da sehr viele Leute drin haben. Drei. Tag drei. Äh, ja. Ja. Tag eins. Von der ganzen Show. Der Chilinder-Show. Mega geil. Tag vier. Drei. Zwei. Tag zwei. Drei. Drei. Tag drei. Fünf. Tag fünf. Tag fünf. Genau, nämlich Trio Films. Dier. Tag vier. Ja, fast den Namen gehabt. Fünf. Tag fünf. Zwei. Tag zwei. Drei. Ja, pass. Vier. Tag vier. Und das ist wirklich nur zum Aufwandskostenpreis dann umgesetzt worden. Zwei. Und ja, anders wäre das gar nicht möglich. Tag zwei. Drei. Tag drei. Drei. Die haben 2.06 die WM übertragen. Tag fünf. Also mega geil, dass ihr jetzt hier den Unicup übertragen für euch. Also ohne die wären wir alle hier ein bisschen am Arsch. Tag zwei. Kann man auch so sagen. Einfach mal. Tag vier. Tag vier. Fünf. Tag fünf. Aber vielleicht wär die eine Kamera besser gewesen am Spielfeld. Ja, ich hab auch schon gehört. Das hab ich gar nicht so mitbekommen. Aber bei der ersten. Tag drei. Zwei. War das wohl nicht so gut? Du hast doch auch keine Trio-Film-Technik. Ich sag, wie sie jetzt? 5! Tag 5! Von wem ist die Funk-Strecke? Von der RWTH tatsächlich! Tag 2! Tag 2! Du! Es wird weihnachtlicher! 4! Tag 4! Genau, man sieht's jetzt auch im Stream ein bisschen. 2! Ne, 3! Ich hab's auch ein bisschen in der 5! 5! Tag 5! Danke für den Hinweis! 2! Tag 2! 8! Boah! Boah! Schwierig! Ne, 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 ne! 3! Tag 3! 1! Tag 1! 4! Tag 4! Tag 8! Tag 8! Da sind sie vertreten! Ich hab's ein bisschen vermisst! 5! Tag 8! Tag 5! Sogar 2! 2 fahren sind am Start Leute! Also kein Stress! 2! Der Runden ist cool! 2 Runden! Ja! Tag 2! 5! Immer langsam mit den jungen Pferden! Tag 5! Tag 5! Und dann haben wir's! Und dann ist das Spiel da! Tag 4! 8! Tag 8! Tag 8! Oh hier Tobi! Die Kommentare der Moderatoren begeben sich auf dünnes Eis! Auch nicht schlecht! 4! Tag 4! 3! Tag 3! Und 0-0! Geht das Spiel aus! Alles klar! Scoreboard raus! 4! Tag 4! Close Ups bitte! 2! Tag 2! Große Scoreboard ist ready! Funktioniert es? Dann bitte rein! Große Scoreboard rein! 5! Tag 5! 4! Tag 4! Tag 4! Komm! Jungen pack die Fahne bitte weg! 3! Nein! 5! Tag 5! 3! Tag 3! Tag 5! Tag 5! Tag 3! 5! 5! Tag 5! Tag 5! Tag 2! 4! Wir gehen auf 1! Tag 1! Ja! 1 zu 0 für den Chat! Definitiv auf jeden Fall! Sorry dass ich nicht unterbrochen habe! Ja genau! Wollte gerade sagen! Kam raus! Tag 5! 2! Tag 1! 2! Bitte close of the middle! Den Professoren! Den Professoren! Ja und das! 3! Tag 3! Tag 2! Tag 1! Tag 1! Tag 2! Tag 2! Tag 1! Haben wir eine Profiliste bei den Maschis? Ja! Haben wir? Können wir euch gleich nachreichen? Tag 3! Tag 3! Tag 1! 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 Kein Spieler wusste, wo er ist. Einer hat da ganz, ganz schnell geschaltet. Maschinenbauer. Tag 2. EFAS 1. 4. Tag 1. EFAS 1 ready. EFAS 1. Und ab. Zack, da macht er rein. Und wir gehen auf die 2. Tag 2. 1. Tag 1. Kannst du die Frage noch mit der Flagge chillen können ein bisschen? Ach, ihr wollt die Professorenliste haben? Ja, natürlich. Kathrin, er weißt du mir die Ehre. Die Maschi-Profs werden gerade gefordert. Ich hab kein Internet, ich versuch. Ja, also die Schrift ist 1A. Die 2 Typen mit der Flagge vor dir. Kannst du denen sagen, ob die bitte mit der Flagge chillen können? Nicht so vor die Kamera halten. Genau, die mit der blauen. Die sind direkt vor der Kamera. Bist du einfach nichts machen. Das wäre nett. Danke. Schuss. Schuss von rechts. Ich spiele da gerade um das Tor der Leibs. Ich schnirre die da gerade mal so ein bisschen ein. Jetzt mal der Befreiungsversuch. Das könnte jetzt mal was geben. Er muss jetzt einfach nur nach vorne. Der Puck den Puck jetzt in die Mütze geben. Jetzt hat er das Abspielfenster verpasst. Das hätte sonst gefährlich werden können. Ist jetzt hinterm Tor. Da ist ganz, ganz viel rot. Jetzt mal der Schuss aus dem Rückraum. Aber der müsste besser kommen. Jetzt ist die Konter-Schuss dann doch da. 3 zu 2. Wenn sie es richtig spielen. Aber legt sich der Puck viel zu weit vor. Da können die Lines in Puckbesitz kommen. Tun sie auch jetzt gerade. Das war sehr kopflos gespielt. Einfach direkt zurück zu den Stilers. Den Monster. Kann man aufs Tor bringen? War drin. Den haben wir gefragt. Den Treffer haben sie sich wirklich gefragt. Strike 3. Und jetzt kommt der Spiel wieder. Da ähm. EFS1. Strike 2. EFS1 ready. EFS1. EFS1 ab. Und wir gehen wieder auf 1. Hatten den Puck eigentlich sicher gegen den relativ kocklos da zurück in die Mitte. Die Stilers kommen dann Puckbesitz. Es muss nur noch eingeschoben werden. Viel, viel zu einfach. So kommst du halt nicht in Gleichweite. Hier. Take 4. 1. Take 1. 3. Take 3. 4. Wir werden sehen. Take 4. 1. Take 1. Auch wenn das noch klappt. I doubt it. 3. Okay. So. Da versuchen CC, dass wir das nicht machen können. wieder gegen den Puck einfach mal gefährlich wieder vor das Tor. Da muss eigentlich einfach den Stock hinhalten. 4. Take 4. Ein bisschen gepennt. 1. Take 1. 4 wieder. Take 4. Wuseln sich da jetzt irgendwie. 9. Jetzt den Puck in die Mitte. Ah, das war abgewährt. Eigentlich ein vernünftiger Spielzug. Von der, äh, ganz rechts außen von der Seite einfach in die Mitte gegeben. Den Stock reingehalten. 3. Take 3. Ja, was sie wollen. Vor dem Tor der Lions. 1. Take 1. 1. Der Punkt ist rechts. Jetzt mal ein kleines bisschen entlassen. In der Hälfte der Seeders. Da bleibt er aber nicht lange. Er geht direkt nach vorne. Und er legt sich, äh, ein Professor hin. 4. Take 4. 2. 3. Take 3. Aber der Professor hat direkt abgewunken. Der hatte keine Lust auf Händelschüppeln. Und wieder Take 1. Die Stimmung wird eisig. Versuchen sie jetzt mal, ähm, gegen den Puck, aber viel zu weit. Aha. Nee. 4. Take 4. Nee, noch gute Ziel. Und 1. Das sieht wieder nach einem ungefällten Sieg aus. Wenn sie es jetzt schnell machen, nehmen sie noch ein drittes Tor nach. Kann ja am Ende entscheiden die Tordifferenz. Aber, nee, lassen den Angriff auslaufen. Was schwierig. Die letzten Sekunden. 1. 2. 2. Alright. 2. Take 2. Scoreboard raus. Haben wir irgendein? 5. Nee, pass. 3. Mal 3 Punkte. Take 3. 4. Take 4. 5. Take 5. Zwischenstand rein. 2. 3. Take 3. 2. Ja. Erhobenen Haftels hier. Take 4. 5. Take 5. 6 Widerlagen. Nee, das ist ja. Take 2. 2. Take 2. 1. 2. 1. Take 1. Los geht. Wir sind in den letzten 6 Minuten für die E-T-Lines. Aber die haben ja noch Chancen auf den Cheerleading-Preis. Haben eben eine gute Show abgeliefert. Und jetzt geht es darum auch noch eine letzte gute Show auf dem Eis abzuliefern. 2. 2 sides. 3. 2. 4. 4. 4. 5. 5. 4 take 4 2 take 2 5 5 take 5 3 take 3 womit fangen wir an Natalia? Feuerwehrsirene Kamera 3 close up Feuerwehrauto 4 take 4 können wir eine 3 kann die 3 aufs Feuerwehrauto da hinten ja danke 1 take 1 5 take 5 genau raus danke dafür 8 take 8 3 die fahren jetzt von rechts nach links 3 ready Audio Achtung vom FOH Kamera 3 close auf Feuerwehrauto Sprünge von links nach rechts 2 close während Sprünge auf 8 take 3 4 take 4 8 take 8 4 Formation wird breiter Bewegen von rechts nach links close mit Kamera 6 äh 3 boah sorry Ne 6 ist 8 Ja genau Ne ne das ist 3 hier steht 3 Sprünge mit der Mitte totale 8 Boah 3 schwenge von rechts nach links Medium Shot 2 Tag 3 Tag 8 2 Tag 2 Tag 8 Tag 8 2 Tag 2 nach links schwenken Absprünge von rechts nach links Tag 8 Tag 4 Tag 5 Tag 4 Tag 4 Tag 4 Tag 8 2 Tag 2 Tag 2 Tag 8 Tag 8 Hebefigur Mitte, 2 close, 2, Tag 2, Tag 8, 2, 4, Tag 4, 8, Tag 8, Tag 8, Tag 4, Tag 8, Tag 8, 1, 2, Tag 8, 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 Vielen Dank.